Also ich würde nicht gerade behaupten, dass jede Depression etwas mit Verdrängung zu tun hat, weil ich das nicht weiß. Man kann vermutlich auch einzig und allein eine Art allgemeinen Weltschmerz haben, angesichts all dessen, was falsch läuft, denn das ist ja allein schon mehr als ausreichend, um einen Verlust der Freude zu verursachen. Also es kann vielleicht auch sein, dass einem eine düstere Stimmung mehr oder weniger angeboren ist, quasi in der Natur liegt. Bei den alten Griechen findet sich die Unterteilung aller Menschen in nur vier verschiedene Typen, Choleriker, Phlegmatiker, Sanguiniker oder eben Melancholiker. Es spielt wohl auf jeden Fall auch die Geografie eine Rolle. Im hohen Norden, wo es viel Kälte, kalten Regen und viele dunkle Tage gibt, da wird neben der hohen Selbstmordrate auch jedenfalls hart gesoffen. Und ich denke, das liegt eben genau daran, je kälter und finsterer, desto hochprozentiger die Lieblingsgetränke sozusagen. Und die Holländer kiffen ja auch noch die ganze Zeit ganz offiziell. Aber die typische oder klassische akute deutliche Depression ist ganz andererseits auch irgendwie eine Art gefälschtes beziehungsweise abgefälschtes Gefühl. Eine schleierhafte Traurigkeit oder Verärgerung oder Verbitterung, die bis zur Unkenntlichkeit verallgemeinert sein kann. Das depressive Gefühl kann so allgemein sein, dass weder Außenstehende noch die Betroffenen selbst noch so genau sagen können, um was es eigentlich geht, beziehungsweise um was sich das depressive Gefühl eigentlich genau dreht. Oft hört man dann auch das Wort Gedankenkarussell in dem Zusammenhang, aber es scheint sich dabei immer um eine Art allgemeines Rühren in der Suppe zu handeln, ohne dass dabei irgendwas herausgefischt beziehungsweise herausgefunden wird. Wer sich ein bisschen für Psychologie interessiert, dem wird hier unschwer der Gedanke in den Sinn kommen, dass das eigentlich auch ein Schachzug der besonders raffinierten Psyche sein kann, und zwar nämlich die Verdrängung vom Konkreten durch das Allgemeine. Oder auch die Verdrängung von einem konkreten Gefühl durch ein diffuses Gefühl, die Verdrängung von einem konkreten Gedankengang durch diffuse Gedanken, die Verdrängung einer ganz bestimmten Frage durch eine Summe von Fragen oder ziellosen Überlegungen. Ich habe im letzten Video im ersten Teil zu dieser Thematik gesagt, dass man mit Depressionen grundsätzlich sicherheitshalber mal lieber zum Arzt gehen sollte, weil es bei Depressionen eine rein biochemische Komponente gibt, quasi eine geradezu rein mechanische oder mechanistische Komponente, die allein durch eventuelle Erkenntnisse theoretisch gesehen nicht einfach so übergangen beziehungsweise ausgeklammert werden kann. Aber das gilt meiner persönlichen Meinung nach auch umgekehrt, insofern man die Sache meiner Meinung nach auch nicht dauerhaft erfolgreich sozusagen bloß einfach rein mechanisch wieder einrenken kann. Und weil ich selber in meinem, in Klammern völlig subjektiven, Weltbild davon ausgehe, dass in der Natur alles irgendwie zweckmäßig gestaltet ist, vermute ich, dass die Depression wie so eine Art Signal mithin Aufforderung ist, ähnlich wie ein Wecker, der einen zum Aufwachen zwingen soll. Und mit Aufwachen meine ich die Auflösung der Verdrängung beziehungsweise überhaupt die Unterlassung von weiterem Verdrängen. So also weil ich, um das gleich mal selber als Beispiel aufzugreifen, den Umstand der durchaus sinnvollen 5-Minuten-Grenze nicht ignorieren beziehungsweise einfach völlig verdrängen will, belasse ich es fast schon vorerst dabei und erzähle, so Gott will, den Rest im nächsten Video, also was man meiner Meinung nach so alles verdrängen kann, denn das sind meiner Meinung nach nicht einfach nur schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit, sondern das ist meiner Meinung nach viel mehr beziehungsweise allerlei. steht BUTCHNAMICHE Untertitelung des ZDF, 2020